Die Kriminale! I am Robert! Also, es tut sich was bei uns. Wir können stolz darauf sein. Arjen Robb, Spieler des Jahres, Louis van Kahl, der Trainer des Jahres. Und natürlich, wir alle sind wegen unserem Franz hier, dem Mann, den der FC Bayern so viel zu verdanken hat. Ein Leben für den FC Bayern. Und ich hab's gerade eben gesagt, er muss ja nie aufhören beim FC Bayern. Er ist es ja irgendwo. Und deswegen, lieber Franz Beckenbauer, diese 51 Jahre kann man in zwei Worte zusammenfassen, wenn du heute vor uns stehst und bei uns bist. Und ich denke, ich sage das im Namen von Ihnen allen, hier im Stadion. Danke, Franz Beckenbauer! Danke, Herr Vorschlag, unser Präsident, Ulrich Wilkes, Karl Hofgern und Hans Wunder. Bitte schön, Ulrich Wilkes, Franz Beckenbauer. limite Ich freue mich auf alle, und auf alle Worte zu diesem Jahr.